Gleis 5, Einfahrt bis DE 928 nach Hamburg, Altona über Nürnberg, Kaufbahnhof in den Abschnitten ADF, Anfang 8 Uhr 27. Vorsicht bei der Einfahrt! Gleis 5, Einfahrt, Erdbeel, die Zinn nach Igolstadt-Lauf über Igolstadt-Hauptbahnhof, Abfahrt 8 Uhr 53. Vorsicht bei der Einfahrt! Gleis 9, Einfahrt, Erdbeel, die Zinn nach Plattlinn über Straubing, Abfahrt 9 Uhr 10. Vorsicht bei der Einfahrt! Gleis 5, Einfahrt, Erdbeel, die Zinn nach Igolstadt-Lauf über Straubing, Abfahrt 9 Uhr 25. Heute nur bis Passau-Hauptbahnhof. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Gleis 5, Einfahrt, Erdbeel, die Zinn nach Igolstadt-Lauf über Straubing, Abfahrt 9 Uhr 25. Heute circa 5 Minuten später. Heute nur bis Passau-Hauptbahnhof. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Gleis 5, Einfahrt, Erdbeel, die Zinn nach Igolstadt-Lauf über Straubing, Abfahrt 9 Uhr 35. Heute erste Platte in Abschlüsse. Vorsicht bei der Einfahrt! Gleis 1, Einfahrt, Erdbeel, die Zinn von Abendberg, Ankunft 9 Uhr 40. Vorsicht bei der Einfahrt! Gleis 5, Einfahrt, Erdbeel, die Zinn nach Igolstadt-Lauf über Straubing, Abfahrt 9 Uhr 51. von Gleis 4, RB 51 nach Plattlin über Straubing, Abfahrt 10 Uhr 10 von Gleis 9. RE 25 nach K.H. Lass-Linadrachi über Spandau, Abfahrt 10 Uhr 17 von Gleis 4. Und RE 22 nach München, Flughafentabille über Landshut, Abfahrt 10 Uhr 19. Heute von Gleis 108. Information zu RB 17 von Igolstadt-Lauf, Ankunft 10 Uhr 13. Heute circa 5 Minuten später. Information zu RB 228 nach Dortmund-Hausbahnhof, über Nürnberg-Hausbahnhof, Abfahrt 10 Uhr 32. Heute circa 5 Minuten später. Information zu RB 228 nach München, Flughafentabille, Ankunft 10 Uhr 21. Heute circa 20 Minuten später. Grund dafür ist eine Referatur an der Schrenke. Information zu RB7 nach Plattling über Schraubing, Abfahrt 11.10 Uhr, heute ca. 20 Minuten später. Gleis 9, Einfahrt ICB 238 im Hauptbahnhof, über Plattling in den Abschnitten A bis F, Abfahrt ursprünglich 11.25 Uhr, heute 1. Klasse im Abschnitt D und F, heute nur bis Passau Hauptbahnhof. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICB 238 im Hauptbahnhof, über Plattling, Abfahrt 11.25 Uhr, heute ca. 20 Minuten später, heute nur bis Passau Hauptbahnhof. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Information zu ICB 238 im Hauptbahnhof, über Plattling, Abfahrt 11.25 Uhr, heute nur bis Passau Hauptbahnhof. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.